Günstig, schnell und zuversichtlich ist die Seite SeviMods. Diese verkaufen von UnlockAllAccounts bis hin zu Money und AP Boosts wirklich alles. Ja, sie haben auf jeden Fall wirklich, wie ihr sehen könnt, sehr, sehr günstige Preise. Ja, die sind auf jeden Fall sehr in Ordnung und haben auch eine sehr gute Bewertung. Ja, ihr könnt auch mit jeder Zahlungsmöglichkeit bezahlen. Mit dem Rabattkopf Mute 10 bekommt ihr 10% Rabatt auf jeden Einkauf auf deren Webseite. Ein Link dazu ist in der Videobeschreibung verlinkt. Was geht? Herzlich willkommen zu diesem Video und heute zeige ich euch mal die nächste UFO-Location in GTA 5 Online. Wir werden uns das Ganze wie immer angucken. Ich werde euch gleich noch die genauere Location davon zeigen, damit ihr auch genau Bescheid wisst, wo das Ganze stattfindet. Ja, wenn ihr nicht wisst, was das ist, checkt auf jeden Fall die Videobeschreibung ab. Da ist ein Video verlinkt, wo ich alles einmal genau erklärt habe und zeige, was dort genau passiert, was ihr bekommen könnt und dergleichen. Ja, klickt einfach auf das Video, guckt euch das bis zum Ende an und dann wisst ihr auf jeden Fall genau Bescheid, was hier gerade passiert. Und ja, ich werde euch jetzt gleich die nächste UFO-Location zeigen, deswegen fangen wir direkt mit dem eigentlichen Video an. Let's go! Hier ist jetzt auch schon die besagte UFO-Location. Hier müsst ihr euch einfach auf den Berg am besten begeben, so wie ich das jetzt gleich auch machen werde. Und dann wisst ihr auch schon die UFO-Location. Da wird das UFO um 22 Uhr bis 4 Uhr nachts in GTA 5 Online da sein, fotografiert das und schickt das an Omega. Hier sind wir jetzt auch schon, habe mich dann jetzt hier mal an einen guten Spot begeben, wo ich das UFO auch gut sehen konnte. Und hier steige ich jetzt an der Stelle ab, öffne mein Handy und gehe auf die Snapmatic App. Und wenn wir da jetzt drauf gegangen sind, machen wir wie immer ein Bild von diesem UFO. So, ja, ich zoom jetzt erst einmal drauf ein, drücke dann anschließend X und schicke das am Ende mit Viereck an Omega. Omega schickt uns dann eine Nachricht und er schreibt ein Beweisfoto, jetzt kann keiner mehr die Wahrheit verleugnen. Hervorragender Außeneinsatz KBL. Auf jeden Fall ist das das ganze Video gewesen, ich hoffe euch hat das Video gefallen, wenn ihr zeigt es mir mit einem Like und mit einem Abo, würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Teilt das Video dann auch auf ihre Mütter und Freunden, wir sehen uns im nächsten Video und nächsten Mal wieder, bleibt gesund und ciao. Bis zum nächsten Mal.